Jan Kort am Ziel seiner Träume mit dem FC Schalke 04, ungeschlagene Saison, werden sie hier zunächst nach 32 Spieltagen Meister der FIFA Bundesliga. Es ist ein Abstiegskrimi. Beide Mannschaften hängen sich hier total rein, um dann nach diesem Spieltag nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben. Untertitelung des ZDF, 2020